Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid zur 8. Rauhnacht, die für den Monat August steht. Ich wünsche euch alles, alles Gute im neuen Jahr. Möge es erfüllt sein, möge es voll Liebe sein, voll Glück sein, voll Gesundheit und voll Freude für euch sein. Habt ein ganz, ganz zauberhaftes Jahr 2023. Und wir schauen wieder in die Energie, was dir heute begegnet, was dir bis zum August begegnet oder was dir im August begegnet und wie dich das Universum dabei unterstützt. Dann haben wir hier die Sonne, die 9 der Stäbe und die 4 der Kelche. Also, es geht sonnig für dich voran. Heute hier die erste Karte im neuen Jahr. Also, es geht ins Licht, es geht in die Wärme, es geht in den Erfolg, es geht ins Glück. Die größte Glückskarte im Tarot. Hier werden sanfte Töne angestimmt. Es geht jetzt endlich voran, es geht jetzt endlich in den Erfolg, es geht jetzt endlich ins Licht, es geht jetzt endlich in die Liebe, in die Geborgenheit, in die Wärme. Du bist hier noch ein bisschen skeptisch mit den 9 der Stäben, versuchst du dich immer noch zu schützen, ziehst eine Mauer um dich rum, ziehst einen Schutzkreis um dich rum, um nicht wieder verletzt zu werden, um nicht wieder irgendwelche Wunden davon zu tragen oder dass alte Wunden aufgerissen werden. Die Sonne sagt ja hier aber, das brauchst du nicht, hier gehst du ins Licht und gehst in den Erfolg und gehst in die Liebe, du musst dich hier nicht weiter schützen. Du traust aber den Braten noch nicht so richtig. Und dann haben wir hier die 4 der Kelche, du bist ein bisschen so mit der Gesamtsituation unzufrieden, du oder jemand, auf den du hier schaust. Mit der Gesamtsituation unzufrieden, sieht nicht das Schöne, was da ist, keinen Sinn für die Schönheit im Außen, für das, was schon da ist. Man erkennt das halt nicht, die 4 der Kelche, das ist so, wo man diesen 4. Kelch nicht sieht, hier sind gar keine Kelche drauf, also man ist so ein bisschen missmutig, man ist so ein bisschen mit der Gesamtsituation unzufrieden. Also das repräsentiert so ein bisschen diese Energie des 1. Januar. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ihr lieben, Silvester ist immer nicht so mein Tag, das empfinde ich immer als eine sehr schwere Energie, auch den 1. Januar. Aber da habe ich auch immer so eine Energie hier, so lieber ein bisschen auf der Couch liegen und da geht der Tag rum und ja, dann können wir ja langsam mal das neue Jahr starten. Also für mich war das schon immer so eine Silvester-Neujahrsenergie, wo so ein bisschen, ach, jetzt geht das Rad wieder vom Neuen los und so. Ja, also ich muss mich da auch immer ein bisschen motivieren, immer ein bisschen aufrafen, das ist manchmal so ein bisschen so eine schwermütige Energie. Nichtsdestotrotz sagen uns die Karten, hier ist alles da, hier ist das absolute Licht da, hier ist die absolute Glückskarte da, hier muss man sich nicht abgrenzen, hier muss man nicht schmollen, hier muss man nicht mit der Gesamtsituation unzufrieden sein, hier ist ganz, ganz viel Fülle da. Hier haben wir noch ein Kolibri, auch eins meiner Krafttiere, das mir hier sagt, das schnellste Wirbeltier. Es geht hier schnell wieder aus diesem Tal, aus diesem Tief raus und wir sollen uns ja keine Sorgen machen, es geht hier ins Licht, es geht hier in die Liebe, es geht hier in den Erfolg. Erfolg. Also das ist euer Schicksal, das ist euer Geburtsrecht, Fülle, Licht, Wärme, Liebe, Geborgenheit. Also das ist hier, man kommt hier endlich ins Glück, man kommt hier endlich in die Leichtigkeit, man kommt hier endlich ins Glück. Und ich nehme auch wahr, dass sich dieser Mensch oft nach außen abgegrenzt hat, aus Angst verletzt zu werden, aus Angst, dass die alten Wunden wieder aufbrechen. Und man kommt aber jetzt endlich in die Stabilität und Sicherheit, man kommt aus diesem Schmollmodus heraus, man erkennt endlich, dass es das Geburtsrecht ist, hier glücklich zu sein, hier Freude zu empfinden. Liebe ist da, Licht ist da, Wärme ist da und dieser Mensch geht hier in die Stabilität und Sicherheit und verankert sich hier. Hier liegt auch ein Unmut, was die Arbeit betrifft, aber das geht auch raus, das stabilisiert sich auch wieder. Also hier ist eine Fülle da, die hier angezeigt wird und hier geht es auch in eine lichtvolle, schicksalhafte Verbindung, die sich stabilisieren wird mit deinem Herzensmenschen. Dann schauen wir in die Zusatzkarten, wie unterstützt sich das Universum, die sieben der Münzen und die zehn der Kelche. Also, Türen, die hier lange verschlossen waren, das kann sein, dass dieser Mensch diese Türen lange verschlossen hat, vor dir, vor der Welt, vor allem, aus Angst. Diese Türen gehen jetzt auf, die sieben der Münzen, das war so diese Geduldskarte. Das Universum unterstützt dich ja auch mit Geduld, dass es ja weitergeht zu den zehn der Kelchen. Diese Erfüllung in der Partnerschaft, hier kann auch eine Familie angezeigt sein. Also hier ist eine ganz, ganz liebevolle Verbindung angezeigt, eine harmonische Verbindung angezeigt, eine gefühlvolle Verbindung angezeigt, eine Verbindung auf Augenhöhe. Jetzt kann man hier endlich das ernten, was man gesät hat. Hier kann man endlich diese Türen öffnen und die Türen, die sich hier öffnen, gehen auch für die Liebe, für die Geborgenheit, für die Wärme, für die Harmonie, für das Glück. Und dann habe ich hier den Brief und unseren Freund, den Bär. Also hier gibt es Kommunikation mit einer, mit einem Seelenpartner. Also hier kommt eine Kommunikation rein, hier kommen Gespräche rein, hier kommt vielleicht auch wirklich ein Brief. Vielleicht kann es auch wirklich heute für diese Energie stehen am Neujahrstag, wo man so Wünsche überbringt, Wünsche fürs neue Jahr, dass man gut durchs neue Jahr kommt. Hier kann eine Kommunikation stattfinden mit einem Seelenpartner, mit einer Vaterfigur, mit einer männlichen Person, die hier in ihre Kraft kommt, die hier in ihren Mut kommt, die hier in ihre Stärke kommt. Auch was die Liebe betrifft, endlich hier den Mut dazu hat, sich zu äußern in Sachen Liebe, wo du vielleicht schon lange, lange Geduld gehabt hast mit den Sieben der Münzen. Und hier kommen Worte auf dich zu, hier kommen Nachrichten auf dich zu, hier kommt vielleicht ein Brief auf dich zu, hier kommt Kommunikation auf dich zu. Und hier liegt auch eine ganz, ganz alte Seelenverbindung. Kann durchaus dieser Mensch hier sein, der erkennt, ja, du bist sein Licht, du bist seine Geborgenheit, du bist seine Wärme. Und dass es einfach eine schicksalhafte Verbindung zwischen euch ist, dass es eine karmische Verbindung zwischen euch ist, dass es vor allem eine alte Verbindung zwischen euch ist. Und dass heute ein guter Tag ist, um mal ein paar Neujahrswünsche zu überbringen. Ihr Lieben, wie gesagt, ich wünsche euch ein ganz, ganz zauberhaftes Jahr 2023 und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.